hallo und herzlich willkommen zu einem neuen snacktest video hier auf dem arzenberger online kanal schön dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes video anschaut denn heute gibt es das hier bei mir ich habe im netto diese pizza ringe hier gefunden das ganze von der firma clarkies und sie schon ein mais snack mit pizza geschmack soll das ganze sein für knabber freunde steht hier oben noch drauf ja da werden wir jetzt gleich mal rausfinden ob sie wirklich nach pizza schmecken ich bin gespannt dann würde ich auch sagen wie immer wir fangen sofort an denn ihr wisst genau auf meinem kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der geschmack also gilt wie immer auf damit und raus damit so schauen sie aus interessant ok gut ich bereite jetzt den testteller vor und dann probieren wir so schon geht es weiter ich habe jetzt ein paar der pizza ringe entnommen die probieren wir jetzt vorher gibt es natürlich wie immer eine nahaufnahme des ganzen und ich finde sie sehen schon ziemlich gut gewürzt aus ich hoffe sie schmecken jetzt auch so gut wie sie aussehen oh ja sie riechen schon ziemlich stark nach oregano und ich probiere sie ja auch hier gilt natürlich mein snack einmal im mund und sofort weg ihr kennt mein spruch mittlerweile zu diesen dingern sie sind sehr knusprig und crunchig das ist schon mal super auch gut gesalzen das ganze ja dann kommen wir jetzt mal zum geschmack also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen sie riechen nicht nur ganz stark nach oregano sondern sie schmecken auch so das ist für mich auf jeden fall too much ich bin nicht der große freund davon muss ich ganz ehrlich sagen und sie haben auch einen sehr sehr starken tomaten geschmack also auch das ist jetzt nicht so meins hätte jetzt ein bisschen dezenter sein können meiner meinung nach aber es geht wirklich leicht in die pizza richtung deswegen ist der geschmack für mich relativ gut getroffen also ich habe es mir dann doch ein bisschen anders vorgestellt muss ich ganz ehrlich sagen ein bisschen weniger oregano ein bisschen weniger tomaten geschmack dafür vielleicht noch das ein oder andere gewürz oder so wäre jetzt gut gewesen aber naja man kann nicht alles mögen wie gesagt meinen geschmack treffen sie jetzt leider nicht trotzdem werde ich natürlich den rest der tüte aufessen aber ich bin ganz ehrlich noch mal kaufen würde ich sie jetzt nicht hier müsste jetzt natürlich selbst entscheiden ob die was sind für euch oder nicht also wie gesagt mein ding ist es leider nicht gut dann zeige ich euch jetzt schon die rückseite der verpackung mit den zutaten den nährwerten und da gibt es meine bewertung ja hier habe ich jetzt ein bisschen länger überlegt welche bewertung hier die richtige ist also für die pizza ringe vergeblich zwei daumen nach oben weil wie gesagt der geschmack meiner meinung nach getroffen ist für mich persönlich ist es wie gesagt ein bisschen too much tomate bisschen too much oregano aber es gibt natürlich leute die das gerne mögen für die wird das jetzt wahrscheinlich genau das richtige sein auch preislich ganz okay wie ich finde also vielleicht lohnt sich dafür den ein oder anderen mal zu probieren okay gut dann war es das schon wieder mit meinem kleinen test video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein like und ein kommentar da ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten video sagt euer arzenberger